Ich finde Wählen gehen sexy. Ich betrete Wahllokale grundsätzlich um 17.55 Uhr, schnappe mir einen Stimmzettel und verkrümel mich in die Wahlkabine, die meistens ein alter Schultisch mit einer Abdeckung ist, damit keiner beim anderen spicken kann. An einem Schnürchen hängt ein Sparkassenkuli und vor mir liegt ein Stimmzettel in Postergröße. In der Sekunde, in der meine Hand den Kuli des Kreditinstituts, dem ich noch Geld schulde, ergreift, spüre ich alle Macht des Demokraten in mir. Und diesen Augenblick koste ich voll aus. Zuerst das Wahlposter aufriemeln. Übrigens verhält es sich mit den Stimmzetteln wie mit einem Falkplan. Einmal offen kriegst du die Dinger nie mehr so zusammen, wie sie waren. Um die Wahlhelfer zu beschäftigen, behaupte ich erstmal, dass der Kuli nicht geht und lasse mir einen anderen bringen. Dann mache ich es für die trippelnden Wahlhelfer an der Tür spannend. Ich knistere geheimnisvoll und murmle gut hörbar solche Dinge wie, hmmm, heieiei, nee, denn nicht, das ist ein Drecksack. Was mache ich nur, was mache ich nur? Wen wähle ich denn? Kurzer Ruf an die Wahlhelfer. Wie viele Stimmen habe ich? Zwei. Falsch, ich habe nur eine Stimme, ich bin kein Bauchredner. Haha, sehr witzig. Ich brummle wieder vor mich hin. Heieiei, Söder, Söder, kenne ich, das ist doch der mit dem BMW und dem Pudel. Was wähle ich nur, was wähle ich nur? Ich beziehe die Wahlhelfer mit ein. Kann ich hier kumulieren oder geht auch panaschieren? Wenn Sie die Sauerei nachher wieder wegmachen? Mein Herr, mein Herr, wen soll ich wählen? Und wieder Ruf aus der Wahlkabine. Können Sie mal kommen? Ich finde die Demokraten nicht. Sind alles Demokraten? Nee, bei mir sind da noch die Grünen drauf. Ich streiche die jetzt alle durch. Um Himmels Willen, dann ist der Stimmzettel ungültig. Und wenn ich nur ein Kreuz mache? Dann gilt's. Soll das ein aufrechtes Kreuz oder ein Andreaskreuz sein? Mein Gott, das ist scheißegal. Machen Sie hin, wir schließen gleich. Ja, und dann mache ich ein Kreuz falsch und schwupps habe ich mich verwählt, weil Sie mich so hetzen. Mann, Sie hatten vier Jahre Zeit. Und wenn ich falsch wähle, dann revidieren Sie das in vier Jahren. So lange dauert das? Machen Sie schon. Hetzen Sie mich nicht. Ich bin ein freier Bürger und kann wählen, solange ich will und was ich will. Ich wähle jetzt den Band. So. Ich finde den nicht. Mein Gott, nehmen Sie irgendeinen. Aber der Band ist doch in der AfD. Quatsch, der heißt Björn. Band Höcke, ich weiß das genau. Das ist Björn Höcke von der AfD. Björn? Sicher nicht Band? Sicher nicht, Sie Pflaume. Da hätte ich ja jetzt lang suchen können. Danke. Ich nehme einen anderen. So, Abgabetermin. Wir schließen. Aber ich bin noch nicht fertig mit Ankreuzen. Egal, abgeben. Ich muss noch unterschreiben. Nein, das geht auf keinen Fall. Nach meiner Uhr habe ich noch eine Minute. Nein, jetzt, sofort, jetzt, sofort. Gott, Stasi-Methoden. Sie machen mich mit Ihrer Brüllerei und Hetzerei ganz wuschig. Ich werde mich über Sie beschweren. Ich gehe bis zum Verfassungsgericht. Machen Sie das, Sie Vollidiot! Und spricht's und reißt mir den Zettel aus der Kabine. Doch, ich werde gern.